So, na, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Matrix, Leute, ihr seht zwar, die ist ein bisschen hell, eine Neuheit von Argento, die immer noch sehr, sehr hell ist, steht sie hier, also ich darf noch mal betonen, die ist kleiner als eine Poison, das ist unglaublich und wir werden jetzt mal sehen, was aus der rauskommt, liegt natürlich preislich bei so ungefähr 10 Euro, dann testen wir den mal. Okay. Okay. Also. Boah. Junge. Den Preis. Den Preis und die Größe. Unglaublich. Krank. Wirklich. 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 Ganz klein. Bis zum nächsten Mal.